So Leute, grüßt euch. Wir machen jetzt mal ein bisschen Mission for 3. Gucken wir uns mal das dreckige Spiel an. Der Poppy ist ja auch hier neben mir. Ja. Hast du hier mal ein schönes Spiel ausgesucht? Ein schönes Spiel. Das ist, glaub ich, der größte Scheiß hier. Ich glaube, ich würde sogar mal eine dreijährige Tochter ausspielen. Ja, wenn er eine hätte. Natürlich eine hätte, ja. Da haben wir jetzt drauf startiert. Ja, ja. Ist er denn gut? Fehlen jetzt noch ein paar Wappen, ne? Das ist in der Scheiß-Ausfallquote da so versunken. Das ist mir kein Auge mehr. Richtung Gold. Ist Richtung Gold. Ja, okay. Ein Schmutzwappen noch. Ja, sortiert schon. Jetzt kann er knallen, weil er eben schon... Ich hab gesagt, Digga, guck mal. Da müssen wir einfach mal vertrauen. Ich bin ja dabei. Ich bin ja da auf dem Weg. Ich guck mal die Schmutz-Koyote. Wie ist denn Truss da? Schmutz-Koyote da mal, du da, am Fabrizieren. Hat dir ein schmutziges Auge jetzt, ne? Nee, 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 nee. Quatsch. Da hab ich ja nichts von. Da ist Schwert auf Schwert. Ey, das hört sich wieder ekelhaft an. Das ist ja so ganz los hier vorbeigewischt, das Ding her. Das ist ja schon. Ja, da muss ja was passieren. Du hast gesehen, da laufen ja Kumpels an. Er ist kurz gestoppt. Das Ding her. Ja, ja. Du kriegst ja einen Alter und dann versickt er sich da wieder. Du siehst ja selber, Tizona hat fast keine Auszeigquoten mehr. Oh. Da muss ich auch gleich mein Auge flissen. Mach ruhig Auge, mir ist das scheißegal. Guck mal hier, den dicken Sau-Schlumpf da in der Mitte. So Apfad. Yallah. Da kommt doch kein zweites Schwert nach da bei dir, Alter. Was ist da los? Ja, stimmt. Wir haben schon einen Corona-Zweiger hier reingeschmissen, das ist doch gar nichts. Ja. Ja. Bei den ganzen Spielen, ey. Bei den ganzen Spielen, ey. Boah, der macht auch noch Scheiße hier. Der Zehntspiel, ey. Du kannst vor allem den Fünfer für die... Ich hab grad 25 Cent schon gekriegt. Kannst du dir das vorstellen. Aber das schmeißt eigentlich gut in die Features, ne? Das ist ein Dreckiger Eule mit der Lupe. Mit Auge. Eule mit Auge. Das ist ein Dicke Auge. Das ist ein Dicke Auge. Das ist ein Dicke Auge, ist das. Psch. Du Garniten, Alter. Mit Zwiebeln. Für ein Schmutzpickel, ey. Das ist ein Dicke Auge. Das ist doch Scheiße, ja? Ja, du brauchst die Alte ja schon. Guck dir, dann 1,75 Alter. Was? Total dreckig. Da gibt es gar nichts. Einzige Balletier gibt es. Die Chancen waren da gewesen, Dicke. Ich hab's gesehen. Wiederspiele jetzt. Come on. Schmutzige Töhle. Mission 4-3. Das ist echt ein Spiel, Alter. Da kriegst du ja einen Sender hier. Das spiel ich jetzt auch nur bis 30 Euro. Dann muss ich Wechsel. Oh. Fehlt aber eine für 300. Oh. Eine oben in der Ecke 300, Mann. Schön. Ich wollte das nicht sagen, wegen vulgärer Sprache. Ich wollte das nicht sagen, wegen vulgärer Sprache. Nein, nein. Das ist ja okay. Aber ich wollte was anderes sagen. Aber ich hab mir noch schnell auf die Zunge gebissen hier. Ah, das ist eine Schmutztrompete hier. Ja, du kommst vielleicht manchmal öfters hier in die Scheiße rein. Weißt du? Aber das Problem ist, die Gewinne die lassen zu wünschen. Verstehst du? Aber den Fischers finde ich nicht. Ne? Ich finde schon. Ich hab schon... Echt? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch, weil ich das Spiel so nicht großartig verfolgt hab. Weißt du? Ich hab vielleicht auch so eine Schmutzzigarre hier keinen Bock gehabt. Ey, mir ist voll warm hier drin, Alter. Ist die nicht auch warm? Dicker? Ne, das ist Corona. Ne? Super purse. Das ist die Corona-Liden. Ist das die? Ich hab jetzt grade hier... Es ist Corona-Liden. Ach... So, so redet der Puppi. Der gönnt mir auch den Scheiß am Arsch, die alte Sau. Ja gut, mein Gott, an irgendwas werden wir sowieso irgendwann abkratzen. Ob ich jetzt hier an einem verhunzenden Dreckszweier abgammel oder an irgendwas anderes. Das spielt ja keine Rolle. Das ist alles dann frisch, ich mach mal den Job. Nacken Klatscher. Tja, guck dir dann hier, die Mission für drei ist gescheitert. Oh, nein. Oh, du Scheißmann, wie ist das? So viel, dass du deine Hände desinfiziert hast. Ja, zu Hause brauche ich das ja nicht, ne? Jetzt. Ey, einen drüber, Scheißhausfliege. Was soll das? Ne, bei dreißig mache ich auf jeden Fall Spielwechsel, weil das kann ich mir nicht die ganze Zeit geben, Mann. Ja, wo geht denn die Reise, wenn ich mich mal fragen kann? Die Reise ist weg. Das ist eine berechtigte Frage. Kommt der dicke Mistköter da in der Mitte wieder. Entschuldigung, wie ist das hier? Was findest du denn denn? Ne, Todläufer hier. Aber jetzt wird er ja schon übergeben, oder? Meinst du, ja? Das ist doch nichts, Mann. Der stellt auch immer da oben so, der stellt die immer so, wie so ein V, weißt du? So, dass die sich da voneinander verpissen, mehr oder weniger. Ja, klar, dann kriegst du die Haarausfall hier, das ist nix. Alter Schwede, was sind das für Fleischspiele, ja, jetzt. Was? Guck mal da, macht der extra. Für die. Für die verpfüllste Rose. 61 Klopf und Scheiß hat er hier gerade schon mal geschmissen. Ey, das ist echt ein Witz, ja. Was sind das für Spiele hier, Alter. Die sind die Wurzweck jetzt mit 10 Cent auch rausgegangen, das ist ja gerade jetzt, das ist kein Scherz. Was? Da sind die Wurzweck jetzt mit 10 Cent auch rausgegangen. Ja, ja, klar, logisch. Das ist ja gar nix, Mann. Wie muss denn nochmal nachkommen jetzt? Dedet, 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 dedet. Ach so? Ja. Das passt schon an nichts. Ja, aber passiert da nix, Alter. So, rein in die Spielers. Die war eh schon da, die Rose. Guck dir die dicke Auge an. Auch nix mehr. 23 Jahre, du brauchst die Frau vorne, weißt du? Damit das ein bisschen Hoffnung ist. Aber die Gewinne, du, die... Ach, komm, Alter. Ja, ja, du bist extra schön verbaut hier, weißt du? Du kannst ja nicht zählen. Ach, komm, Alter. Guck mal, dann kriegst du sowas auf Linie, wenn du vorne nur Kuhscheiße stehen hast. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, guck dich mal an, da wurde ich den kackt, denk ich. Kannst knicken, Alter. Gucken wir mal auf 1 Euro. Ist natürlich totaler Schrott. Und Schrott nach 8 auch genannt. Also, es wird so gut raus, aber du kannst die Brötze hier finden, 40 Euro und verkleinern. Ja. Wie gesagt, eigentlich lohnt es ja jetzt nicht weiter, hier zu machen, weil das sind ja Gewinne hier jetzt von den Freispielen her, weißt du? Spiel? Ja, 0,50 Cent nix, 60 nix, 80 nix, geht zwar rein, weißt du, aber das kann man vom Reingehen, wenn ihr nichts bezahlt. Wie geht? Wenn ihr den ganzen Tag reingehen, das bringt ja nichts. Bist du am Ende des Tages die 20 Euro vor, oder was? Ist der Saukerl da in meine Kiste drangegangen. Darfst du auch? Ja, ja. Jetzt. Die Chance. Alle durchgelobt, ey. Ah ja. Ja, gut. Ja, weil viele mal immer gefragt haben, Manni, kannst du mal ein bisschen Fausseiz zucken? Ja? Ja, gut, ja, ja. Dann hab ich gesagt, ja, gut, komm, geister ich das mal an hier, aber die Gewinne sind halt Schrott. Ich hab ja nix von spielen, wenn der reingeht, aber nix macht. Das bringt uns nix, meine Lieben. Let's go. Ne. Alter, Potsau. So, machen wir noch ein paar Dreher hier und dann machen wir hier die Fliege aus dem Kackspiel. Macht ja keinen Sinn hier. Das ist ja nur eine Waffe. Patsch. Wenn du dann noch zehn Runden machst und dann kommst du hier rein, dann kannst du direkt den Wunsch abgestellten lassen. Ja, 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 klar, deswegen. Dann merkst du schon, wenn jetzt diese Regelmäßigkeit gar nicht mehr da ist, dann ist es vorbei. Schrott. Bei dir baut der eigentlich immer gut auf, Alter, aber dann keine Nachtzieher, weißt du? Ja, der war hier so, fehlt hier aber gerade die Nachtzieher, das ist einfach wieder. Ja. Und deswegen Sacherstatt, der, das kannst du nicht vergessen. Woher alles rein, der Makarot, der Besteck, Paul, aber ich bin auch nicht unbeschwert. Kein schlechter Start. Und so. Ne, Start ist nicht schlecht. Oh, erst sehen wir, dass da hinten durchgelaufen ist, die alte Patsch. So, ich hab mich mal kurz an einer anderen Kiste gebetzt. Ich spür mal den hier noch ab. Gleich dahinten noch einen neuen Part. Ich muss jetzt mal gucken, was ich da für ein Spiel zocke. Und werfen wir die Elefantchen hier rein. Schönes Full Full Blitz. Komm noch da rein, Mann. Na, jetzt mal zwei wären schon geil gewesen. Da ist er schmutzig, ja? Ach, nix, Alter. Dreckig, dreckig hing ich. Äh, äh, 21, den, 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 den. Und dazwischen die zwei Diamanten noch gehabt. Ah. Und hinten die Dreckstelbitte. Ja, ja, nochmal, das ist zu teuer, weißt du, zu teuer. Jetzt auch, hier, mit mal zwei, gönnen. Jetzt, oben, Mitte. Ach, komm, Alter. Keine Hoffnung, Mann. Echt, keine Hoffnung. Ja, problem ist, weißt du, er hat mit mal zwei angefangen, für nix. Komm, ich drück hoch. Ja, wolla, nix gut, diese. Wolla, nix gut, diese. Es ist schon. Ja. 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 Ja, danke. Ja, danke. Danke. Das ist klar man, dann kriegst du die wichtigen, kriegst du dann nicht rein. Schade, das hätte ja sein können direkt so back to back 140, naja, schön gewesen. So Leute, wir spielen bis 120 runter, dann machst du einen neuen Part, weil das Video zieht sonst wieder Birchsuppe. Jetzt komm Baby. Schau dir doch an, alle Optionen sind ja da, egal wo der hinstellt, Mitte, oben, unten, was weiß ich, aber Problem ist, die 140 waren vielleicht gerade schon zu viel für den. Weißt du, wie der ist manchmal da. Der macht Anzeichen sind da, das ist gut eigentlich, aber Problem ist, da muss ja auch dann was passieren. Schau dir doch an, weißt du, da sind so Bilder, da kriegst du einen kurzen Anfall. Bist du froh, dass du diese x2 da siehst, weißt du? Ja und dann, da bringen die x2 auch nichts. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. So Leute, mach den Part mal zu, viel Spass mit dem Video. Mach den Teut.